Wir alle brauchen Energie. In Muskeln für die Bewegung, im Herzen für die Versorgung, im Gehirn fürs Denken. Das gilt auch für jede einzelne Körperzelle. Um ihren jeweiligen Job zu machen, braucht sie Energie. Allerdings das richtige Maß an Energie. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Das Gleichgewicht ist wichtig. Die Homöostase. Zellen beziehen Energie meist in Form des Moleküls Adenosintrifosphat, kurz ATP. Davon verbrennt eine einzige Muskelzelle pro Sekunde 10 Millionen und ein ganzer Mensch pro Tag so viel wie sein Eigengewicht. Das ist enorm. Doch anders als der Mensch ist die Zelle sehr gut in erneuerbarer Energie und ATP wird ständig regeneriert. Das geschieht in speziellen Zellorganellen, den Mitochondrien. Sie sind die Kraftwerke der Zelle. Die Zellen unseres Körpers brauchen unterschiedlich viel Energie und damit unterschiedlich viele Mitochondrien. Nervenzellen jedoch haben noch ganz andere Anforderungen. Zwar haben sie einen Zellkörper, den Soma, wie alle anderen Zellen auch. Doch sie haben zusätzlich Fortsätze. Die kurzen Dendriten und die oft sehr, sehr langen Axone und an allen Ecken und Enden Synapsen. Diese vier Kompartimente des Neurons haben alle eigene Anforderungen an die Energieversorgung. Besonders augenfällig ist das beim Axon. Zum einen, weil es im Verhältnis zum Zellkörper so unglaublich lang ist und zum zweiten, weil ein Aktionspotenzial über die gesamte Strecke aufrechterhalten werden muss. Axone haben daher ihre eigenen Mitochondrien, werden aber auch zusätzlich aus der sie isolierenden Myelinschicht der Oligodendrozyten versorgt, was womöglich deren ursprüngliche Aufgabe war. Die Beschleunigung des Aktionspotenzials war ein evolutionärer Nebeneffekt. Leider kann mit dem Alter die feine Abstimmung der Stoffwechselprozesse nachlassen, was zu einer dysfunktionalen Homöostase und zu neurodegenerativen Krankheiten führen kann. Doch umgekehrt bietet sich hier ein bislang unerforschter Ansatz für Therapien. Das ändert sich gerade.